Guten Tag meine Damen und Herren zum heutigen CSGO Overwatch und hiermit auch zum Stream-Ankündigungsvideo. Jetzt ist Livestream um 18 Uhr, beginnt er wieder. Heute gibt es unter anderem eine AK-47... Ich hab mich angemalt, scheiße. Eine AK-47 Blue Laminate zu gewinnen für alle, für alles und jeden. Man muss kein Abonnent sein und das ist nach wie vor... Das Knife ist auch immer noch drin im Pool. Ihr wisst, das Knife-Give-Way ist am Laufen. Was treibt denn hier der Vogel? Ist der jetzt hier echt einfach am rumstehen? Ich verstehe schon, warum er gedrückt wurde. Ja, es passt mir gerade, wenn es vielleicht etwas schneller gehen würde, denn der Stream ist jetzt gleich. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich später anfangen, wenn das Video so ewig lang braucht zum Hochladen. Ich glaube, er wurde einfach reported, weil er inaktiv ist. Also den Grief hat er auf jeden Fall sicher. Zwei Runden rumstehen ist natürlich behindert. Mal gucken, was er jetzt noch so treibt, der Vogel. Letztes Mal habe ich übrigens alles gedrückt, bis auf Other External, glaube ich, bei den Bunnyhops. Aber sonst, der hat Teamkills gemacht, bzw. sein Teamkill gemacht, hat Vision und Aimassist am Laufen gehabt. Also da war, bis auf Other mit den Bunnyhops, ich glaube, die Bunnyhops waren auch irgendwie unreal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die gedrückt habe, aber soweit zum letzten Fall. Ja, heute 18 Uhr Livestream. Ich hoffe, dass ich das Video noch hinbekomme, dass es um Viertel vor 18 Uhr kommt, aber es werde ich nicht schaffen. Das ist in 11 Minuten. Und der Fall hat eben erst angefangen und er ist schon wieder AFK, was ein widerlicher Bastard. Das ist halt echt bitter, wenn du solche AFK-Beuteleute hast. Solche AFK-Bots, wo du dann die ganze Runde verkackst, weil er nicht im Aufbau mit dabei ist. Ah, guck mal, ich meine, ich glaube da die Arka, das ist ja schon mal was. Was hat er denn jetzt genommen? Nichts. Hat er die Bombe genommen? Ja, die Bombe aufgehoben, okay. Ja, und schon sind sie wieder aufgereben. Also da hätte ich auch einen ziemlichen Hals auf den. Naja, naja, mit dem Live wisst ihr ja, das läuft noch, ich glaube, 20 Tage oder sowas. Man braucht einfach nur im Stream zu sein und Stunden zu sammeln, beziehungsweise die Stream-Währung. Das heißt, es könnte, es reicht, wenn ihr einfach den Stream anmacht. Dankeschön, dankeschön. Das ist der Follow-Sound. Es scheint gerade jemand reinzufollowen. Den habe ich auch über OBS halt, wenn ich aufnehme. Naja. Ja, also Stream einfach anmachen. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mit am Start seid, wenn wir zusammen spielen. Wir machen immer Viewer Games und so weiter und so fort. Ich freue mich, wenn man halt nicht nur wegen den Giveaways da ist, sondern auch einfach, um es zu schauen oder eben, um mitzuspielen. Aber es würde auch ausreichen, wenn man halt einfach nur zuschaut, um eben die Bubble-Dollar, also die Stream-Währung für das Knife zu sammeln. Wenn man jetzt noch einsteigt, reicht es noch. Man sollte halt dann einfach die Streams immer schön dabei sein. Und dann passt es. Dann passt es gerade mal. Das läuft jetzt seit, ich glaube, seit einer Woche. Das Knife-Gear-Way. Seit, nee, nicht ganz einer Woche. Ich glaube, erst seit letztem Woche weiter. Oh, oh, oh. Ich dachte, der Fackel geht jetzt echt ab. Ja, was ich jetzt mal gedrückt habe, habe ich schon gesagt. Äh, äh, so weit, so gut. So weit, so gut, meine Damen und Herren. Er bekommt, würde ich jetzt sagen, Grief. Äh, aber was ist noch im, in der Busch? Ja, müsst ihr mir auf jeden Fall noch in die Kommentare schreiben, weil sonst weiß ich nicht weiter. Letztes Mal habe ich auch wieder die verblöderte Abstimmung vergessen. Das war halt ein bisschen dirmer, aber was soll's. Oh, 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 oh. Ja, wir waren jetzt wie gesagt, das ist, nee, nicht wie gesagt. Ich habe eben dieses verschissene Video schon aufgenommen gehabt, aber ohne meine Voice, weil ich so durch den Wind bin. Also wir sind halt eben schnell, schnell, schnell heim, damit ich hier noch die Vorbereitung machen kann. Ich hasse es wie die Pest, wenn ich, wenn ich zum Stream nicht, wenn ich nicht genug Zeit habe. Also mittlerweile brauche ich Umfang-Technik, wenn ich noch nicht mein Video habe und schnell ein Overwatch macht, brauche ich mindestens eine Stunde. Also ich muss ab 17 Uhr am PC eigentlich sein, um alles feindlich machen zu können. Ich habe auch alles die Skins noch nicht rausgehauen vom Freitag. Also ich habe einfach no fucking time. Und ja, das mache ich jetzt halt dann einfach alles später. Aber immerhin habe ich das jetzt fertig. Ich habe die Skins für heute ausgesucht. Wie gesagt, unter anderem gibt es eine AK-47 Blue Laminate. Ich glaube, eine Minimal-Wert oder sowas. Dann gibt es noch eine P2000 für euch, einen richtig coolen Sticker und ein Grafuttel. Es gibt also wieder vier Gewinner. Und ja, jetzt hoffe ich, dass der Scheiß bald rum ist. Ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor. Ich meine, der ist ja eh am Verzögern ohne Ende. Der kackt da hinten rum. Braucht ja hunderte, bis er überhaupt nur Feinkontakt hat. Der Vogel. Natürlich auch bombig. Wenn du jemanden hast, der dich extrem aufhält, also im Spiel. Er schmeißt drei, vier Runden einfach in den Müll, weil er nicht da ist. Und dann macht er noch jahrhundertelange Warterei, wo er doch eh verreckt. Naja, Leute. Was würdet ihr hier drücken? Ich weiß auf jeden Fall, was ich drücken werde. Vielen Dank fürs Zusehen und ab jetzt und bestreben. Aber ganz fix, meine Damen und Herren. Vielen Dank.